YouTube-Statistik und meine 111.000 Views im letzten Jahr und was sie bewirkt haben. Mein Name ist Philipp Zauber, ich bin von Trierne-Magie und Sie schauen Webseiten-Marketing.ch. Ich hatte im letzten Jahr 111.000 Views auf meinen Videos drauf. YouTube hat per Ende letzten Jahres eine neue Statistik lanciert, die schaut ganz neu aus. Und die schauen wir uns jetzt kurz an und was man da alles rausziehen kann natürlich. Das ist das neue Frontend. Ich habe hier die Übersicht über alle meine Videos für das ganze letzte Jahr. Wie gesagt, die 111.000 Views. Ich sehe hier verschiedenste Interaktionen, wie beispielsweise wie viele Bewertungen ich gekriegt habe, positive, negative, die Kommentare, wie viel mal geteilt, Favoriten hinzugefügt und Favoriten entfernt. Dann sehe ich hier unten die Videos, wie viele geschaut, von welchem Typ geschaut worden waren. Dann habe ich hier Länder, Geografie, Thema und dann habe ich hier die Geschlechter. Also es schauen immer noch viel mehr Männer, nämlich 80% Männer meine Videos. Und dann ganz unten noch die Quellen, woher das die Views kamen und wie häufig die Zugriffsquellen dann waren. Nun schauen wir mal kurz rein in die Aufrufe. Da sehe ich das letzte Jahr. Wir hatten hier unsere Heckradtacke auf dem Blog. Hat natürlich viel ausgewirkt sich auf meine Statistik, weil ich ein Video, nämlich dem Facebook-Datenschutz-Video, da eingebunden habe. Und auch hier natürlich wieder die einzelnen Videos. Im Detail schauen wir uns dann die noch an, dann die ganzen demografischen Daten. Das sicherlich noch interessant, auch hier zu sehen, woher das die kamen. Und ich habe rund zwei Drittel von meinen Views aus Deutschland, trotz meines Schweizer Hochdeutsches. Funktioniert das offenbar. Dann habe ich ungefähr, wenn man sagen, 20% aus der Schweiz und dann verteilt auf die anderen Ländern. Auch hier überwiegen die Männer, ausser die Spanierinnen, die mögen mich irgendwie besser. Da ist knapp 50-50, ansonsten überwiegen die Männer. Dann Wiedergabeorte, sicher ein spannender Teil. Da sehe ich, wo die Videos angeschaut wurden. Auf der Wiedergabeseite selber. Ich kann das dann da noch ausblenden und einzeln einblenden. Oder dann in eingebetteten Players. Da habe ich wieder eine neue Serie gestartet für Facebook Privatsphäre. Oder dann auf meiner YouTube-Kanalseite. Das ist mehr oder weniger gleich übers Jahr. Oder dann mobil. Das hat vielleicht ein bisschen zugenommen gegen Ende Jahr. So schaut also diese Statistik aus. Natürlich interessant zu sehen, wo die angeschaut werden. Denn da kann ich natürlich auch darauf reagieren und entsprechend werben. Dann die Zugriffsquellen. Auch das immer ein ganz spannendes Thema. Eingebettete Player, klar. Wahrscheinlich auf unserem Blog. Das macht einen grossen Teil aus. Ungefähr ein Viertel. Dann haben wir vorgeschlagene. Das sind die ähnlichen Videos im rechten Bereich drüben. Dann haben wir Videoanmerkungen. Das sind Verlinkungen in den Videos drin. Das macht 16%. Das ist ganz extrem wichtig, dass ich diese Anmerkungen in die Videos reinmache. Wenn ich das nicht mache, dann verpasse ich die 16%. Dasselbe gilt übrigens für die vorgeschlagenen. Auch das kann ich beeinflussen. Das beschreibe ich ja alles in meiner YouTube-Serie. Dann die Suche, doch 10% der Aufrufe, also 11.000, fast 12.000 Aufrufe, also knapp 1.000 pro Monat kamen. Da drüber dann einige über mobile Apps, interessant, externe Webseiten, meine Kanalseite, YouTube über andere Funktionen. Und dann, auch interessant, rund 1.600 kamen über die Google-Suche. Also Google sieht das natürlich auch. Den Punkt hier gibt es nur bei einzelnen Videos. Kurz vielleicht noch hier reinklicken. Die Abonnenten. Da sehe ich, wie viele Abonnenten ich gewonnen bzw. verloren habe. positive und negative Bewertungen über das Jahr hinweg. Favorisierte Videos zu und Abnahmen hinzugefügte und gelöschte. Hier die Kommentare und wie oft das Ganze geteilt wurde. Kann ich mir dann auch noch auf der Karte anschauen. Fokussiert sich hier logischerweise auf Deutschland und auf die Schweiz. Nun habe ich das Ganze noch für einen einzelnen Video, weil schlussendlich will ich ja wissen, wenn die über die Google- oder YouTube-Suche kamen, mit welchen Keywords gesucht wurde usw. oder von welchen anderen Seiten dieses Video noch eingebettet war. Das sehe ich dann beim einzelnen Video sehr gut. Da bin ich bei dem Facebook-Video, hatte im letzten Jahr rund 18.000 Views generiert. Auch hier habe ich die ganzen Informationen. Wieder möchte ich nicht zu groß drauf eingehen. Kurz auf die Aufrufe. Hier Hacker-Attacke, fast auf Null runter. Und hier habe ich dann mein neues Video aufgenommen. Darum generiert das hier kaum noch Views. Mich überrascht es, dass überhaupt noch Views generiert. Dann wieder die ganzen demografischen Punkte. Auch da überwiegt ganz klar wieder Deutschland. Dann die Wiedergabeorte. Das ist jetzt interessant. Ich nehme mal alle raus und zeige mal nur kurz eingebettete Player. Wieder Hacker-Attacke. Und kann jetzt hier reingehen und sehe dann, an welchen Orten diese Videos eingebunden waren. Das ist natürlich interessant. Also ich habe hier auch schon unseren Blog. Dann habe ich hier gute Frage. Das generiert uns doch. Da wurde es offenbar auch eingebunden. Muss ich nicht. Da generiert es doch einiges an Views. Oder hat es einiges an Views generiert. Das kommt hier nochmals. Dann haben wir verschiedene andere Sites. Natürlich auch unsere INM-Seite. Mal schauen, wie oft es da angeschaut wird. Wahrscheinlich eher weniger. Ja, da gibt es ein paar Views und so weiter. Ich sehe also hier im Verhältnis, wo es am meisten angeschaut wurde. Logischerweise auch auf unserem Blog. Aber es werden auch auf anderen Seiten dieses Video eingebettet und dann auch angeschaut. Dann die Zugriffsquellen. Das ist eigentlich das Interessanteste. Da sehe ich wieder, woher kommen die von externen Websites. Sie haben mir die uns vorher angeschaut. Und dann ganz wichtig hier die YouTube-Suche. Ich klicke da mal kurz rein. Dann sehe ich das. Also da wird permanent noch Keywords gesucht, die offenbar dann auf mein Video leiten. Und wenn ich hier reinklicke, sehe ich hier die Keywords. Also Facebook-Datenschutz, Facebook-Privatsphäre und so weiter. Sehe ich hier also, wie oft das mit dem Keyword nachher mein Video gefunden und dann auch angeschaut wurde. Natürlich sehr interessant. Zielgruppenbindung. Da gibt es zwei Sachen. Einmal hier, wie lange das Video geschaut wurde. Über die Zeit der Video, der hört, ich sage mal, ungefähr hier auf. Nachher läuft er einfach noch weiter, damit die Leute nachher in dem Video auf die Verlinkung klicken. Wenn ich mir das Ganze relativ anschaue, dann sehe ich, da bin ich immer überall ungefähr durchschnittlich. Also für mich ist diese Grafik eigentlich in Ordnung, weil hier geht es eigentlich nur darum, aufzuzeigen, welche drei anderen Videos man dann zu dem Thema schauen sollte. Mehr eigentlich nicht. Das zur neuen Statistik. Ich finde sie sicherlich schöner gemacht. Es hat jetzt nicht viele neue Features drin oder praktisch keine neuen Features drin, aber trotzdem kommt ein bisschen frecher daher. Hat ein bisschen mehr HTML5-Elemente drin. Das ist sicher immer was, das die ganze User Experience verbessert. Und immerhin ziehe ich ein paar neue Werte raus. Würde mich natürlich interessieren, für die, die das auch nutzen, was ihr von der neuen YouTube-Statistik hält, oder generell, was ihr von meinem Channel oder meinen 11.000 Views vom letzten Jahr hält. Kommentare wie immer hier. Mein Name ist Philipp Sauber, ich bin von der INMHG und Sie haben Website-Marketing.ch geschaut.